Willkommen zu dieser Medienkonferenz zur Wasserstoffzichtung in Südtirol. Benvenuti auf dieser Konferenz aus Tampas und Il Puro Hidrogeno in Alto Adige. Bevor ich die Teilnehmer begrüße, ein organisatorischer Hinweis. Die Teilnehmer erklären die Inhalte zuerst zur Gänze in deutscher, dann in italienischer Sprache. Bei den Fragen beantworten wir dann immer in jener Sprache in der die Fragen gestellt werden. Prima di salutare i Relatori qua in Konferenz Stampa, vorrei sottolineare in Apertura una piccola nota organizzativa. I Relatori al Tavolo illustreranno il contenuto dapprima in lingua tedesca, poi in italiano. Risponderemo quindi sempre alle domande dei giornalisti nella lingua in cui verranno poste. Wissen Sie, wie viel Geld in Südtirol jährlich für fossile Brennstoffe ausgegeben wird? Wussten Sie, dass die alternative Wasserstoff mindestens zwei Vorteile hat? Sie hat keinen CO2-Ausstoß und wir können ihn in Südtirol mit unserem Strom aus Wasserkraft selbst erzeugen. Haben also die Energiegewinnung dazu in eigener Hand. Das sind nur zwei von vielen Gründen, warum das Land Südtirol auf H2 setzt. Am Dienstag hat die Landesregierung dazu ein weitreichendes Konzept verabschiedet, das sie heute der Öffentlichkeit vorstellt. Dazu begrüße ich Landeshauptmann Arno Kompatscher, die zwei Stellvertreter und zuständigen Landesräte für Mobilität einerseits Daniel Alfreider und Umwelt Giuliano Vettorato, sowie den H2-Beauftragten des Landes Peter Mölk. Herr Landeshauptmann, bitte führen Sie uns in das Thema ein. Vielen Dank, einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Ich darf daran erinnern, dass die Landesregierung bereits zu Beginn dieser Legislaturperiode sich für einen neuen Ansatz entschieden hat. Wir wollten von Beginn an ganz stark in die technologische Innovation für eine nachhaltige Entwicklung des Landes investieren. Das haben wir gesagt, einfach ein Weiter-so kann es nicht geben. Wir haben gemeinsam in der Landesregierung bereits vor dieser Corona-Krise eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Wir haben entsprechende Arbeitsgruppen eingerichtet, Ziele definiert und das als Rundumansatz definiert. Es gibt 360 Grad, es braucht einen Neuaufbruch in eine neue Form des Wirtschaftens, des Arbeitens, somit auch des Lebens, damit die Lebensqualität in Südtirol erhalten bleibt, der Wohlstand gesichert bleibt, die Arbeitsplätze, aber vor allem, dass wir auch für die nächsten Generationen ein Land haben, in dem es sich gut und gerne leben lässt. Das war der Ansatz und das Ganze ist jetzt sicher mit dieser Corona-Krise uns noch stärker ins Bewusstsein getreten, wie wichtig es ist, auch neu zu denken, nach vorne orientiert zu arbeiten, einfach weiter so, wie es vorher war. Das ist, glaube ich, jetzt den allermeisten Menschen bewusst. Das wird es nicht geben, sondern es geht darum, dass wir wirklich den Schritt in die Zukunft gemeinsam machen, gemeinsam wagen. Und hier ist natürlich das Thema Wasserstoff für uns eine großartige Chance. Wasserstoff als Bindeglied zwischen Innovation, technologischer Innovation und Nutzung der lokalen Möglichkeiten, die wir haben mit unserer Wasserkraft. Nicht mehr fossile Brennstoffe im vorderen und mittleren Orient einkaufen, viel Geld nach außen tragen, um diese Energieträger, die noch dazu umweltschädigend sind, zu importieren, sondern hier vor Ort saubere Energie produzieren mit lokalen Kreisläufen, mit lokaler Wertschöpfung. Das ist das Ziel und wir haben das Glück, dass in Südtirol sehr früh schon hier vorausschauend gedacht worden ist. Da gilt der Dank auch den vorangegangenen Landesregierungen, zu Zeiten Louis Thurn, weil das noch seinen Mitstreitern mit der IIT, dem Wasserstoffzentrum Südtirols, das gegründet worden ist, ist hier sehr früh wirklich vorausschauend agiert worden. Wir können jetzt auf dieses Know-how aufbauen und können in Europa tatsächlich Vorreiter sein für den Aufbau eines regionalen Kreislaufs, für Förderung von Forschung und Innovation im Land in diesem Bereich, für Schutz der Gesundheit und der Umwelt unserer Bürgerinnen und Bürger und unseres Landes und für eine emissionsfreie Mobilität, denn das Ganze ist kombiniert. Energie, Mobilität, hier die Wasserkraft und den Wasserstoff entsprechend einzusetzen. Und deshalb wollen wir jetzt diesen Weg beschreiten. Wir haben uns in der Landesregierung zusammengesetzt, nachdem jetzt monatelang intensiv mit Experten gearbeitet worden ist, mit verschiedenen Partnern. Wir haben jetzt eine Grundentscheidung getroffen für eine Strategie, die wir heute gemeinsam vorstellen wollen. Und wir wollen das auch und damit schließe ich gemeinsam mit unseren Partnern in der Europaregion tun. Gemeinsam mit dem Bundesland Tirol, mit dem Trentino, wollen wir hier natürlich unsere Landestrategie, die haben wir, die wollen wir aber gemeinsam mit Partnern entwickeln, auch in einer größeren Logik, auch den Brennerkorridor ins Auge fassen, natürlich auch alles, was damit zusammenhängt, aber das wird im Detail noch dargelegt werden. Wir werden uns dementsprechend auch auf europäischer Ebene als Europaregion präsentieren, gemeinsam uns um die europäischen Mittel bewerben. Und hier wird es Mittel geben, sehr viele. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja diese Wende angekündigt, diese grüne Wende in Europa. Und dafür sollen enorm viele Mittel, eine Million Euro bereitgestellt werden. Und da wird es auch sehr viele Mittel für die Technologie Wasserstoff geben. Und da wollen wir Südtirol diese Chance nutzen. Damit schließe ich. Ja, danke vielmals. In der Einleitung des Landeshauptmanns haben wir bereits gehört, wie wichtig es für Südtirol ist, seit Anfang dieser Legislatur, gerade im Thema Mobilität und neue Energien, in Südtirol ein maßgebendes Programm aufzustellen. Natürlich, wenn es um Mobilität geht und auch um Energie geht, dann ist natürlich auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Wir sehen das auch aus aktuellem Anlass in dieser Zeit, wo gerade Grenzen wieder im Gespräch sind. Wir haben bereits vor einigen Monaten in Europa auch bei der Kommission unser Programm vorgebracht und angeregt, dass eine eigene Arbeitsgruppe auf europäischer Kommissionsebene gegründet wird, die sich mit Alternative Fuels, also neuen Energiekonzepten, auseinandersetzt, speziell, wenn es um die Mobilität geht. Wir sind ein Land mitten in den Alpen, ein Bergland, aber wir haben einen Korridor, den sogenannten Brennerkorridor, der uns durchquert. Und wir arbeiten schon seit Jahren, mittlerweile fast Jahrzehnten, an Alternativen für den Verkehr auf der Brennerachse mit der Realisierung natürlich des Brennerbasistunnels, der Zulaufstrecken, also einer elektrogebundenen Mobilität auf der Schiene. Auf der anderen Seite ist es aber unser Anliegen des Landes, des Ressorts, der Landesregierung, dass auch der Verkehr auf der Autobahn, der derzeit fast zu 100 Prozent auf fossile Brennstoffe zurückgreift, auch dieser Verkehr in Zukunft ein sauberer Verkehr sein wird und soll. Und wir die Chance von Südtirol nutzen, als Energieproduzent, als Produzent von sauberer Energie hier zu nutzen, damit wir diese Energie, die wir in Südtirol auch produzieren können, der Mobilität zur Verfügung stellen. Das heißt, einmal auf dem Brennerkorridor, in dem wir direkt Tankstellen vorsehen können, auf der anderen Seite aber auch alle anderen Mobilitätskreisläufe hier mit einbinden. Wieso das? Weil eben die Mobilität, das werden wir später sehen, eines der größten Energieverbraucher ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich eine sichere Abnahme für die Produktion darstellt. Wieso ist es in den letzten Jahren nie gelungen, diese alternativen Energien so richtig ins Laufen zu bringen? Es war vor allem einer der Gründe, dass die garantierte Abnahme nicht da war. Das heißt, mit der Mobilität, das heißt mit der öffentlichen Mobilität, wir reden ja heute von circa 800 Bussen, die jeden Tag in Südtirol verkehren, die jeden Tag Diesel aus verschiedensten Orten der Welt importieren, hier brauchen. Wir könnten diese Kreisläufe regionaler machen, das heißt mehr Autonomie ins Land bringen, auf die regionale Stufe zurückzugreifen und hier selbst die Energie produzieren, die wir für die Mobilität brauchen. Das ist auch ein Schritt weiter in Richtung mehr Autonomie, mehr regionale Kreisläufe. Und an dem Projekt möchten wir weiter arbeiten, vor allem hier in der Slide, die wir sehen, am, den sogenannten grünen Korridor vorantreiben. Das heißt, einen digitalen, umweltfreundlichen Korridor für die Zukunft vorzubereiten. Es ist noch ein langer, langer Weg, aber wir wollen heute schon die Basis dafür stellen. In der jetzigen Situation findet man vielleicht wenig Gehör für die Situation, neue Technologien, neue Investitionen. Wir sind uns aber bewusst, dass gerade jetzt sollte in diese neuen Technologien und in diese neue Umweltpolitik investiert werden. Das wird für Südtirol eine Chance sein und natürlich für uns als Land auch ein Schritt in Richtung umweltfreundliche Mobilitätskonzepte der Zukunft. Wir haben auf der anderen Seite auch die europäischen Rahmenbedingungen, nationale Rahmenbedingungen, die sogenannte Clean Vehicle Directive, also eine Richtlinie auf europäischer Ebene, gibt ganz klar die Vorgaben für die Mobilitätskonzepte bis 2030. Das heißt, vor allem die Fahrzeuge müssen sukzessive in den nächsten Jahrzehnten umweltfreundlicher werden. Und genau diese Richtlinie möchten wir auch verfolgen mit dieser neuen Mobilitätspolitik, die wir vorantreiben möchten. Das heißt, wir möchten in den nächsten Jahren, sei es was die Fahrzeuge anbelangt, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mindestens 15 Prozent emissionsfreie Fahrzeuge verkehren können. Das Gleiche gilt bei den Bussen. Hier haben wir ein größeres Potenzial. Deswegen auch diese Zusammenarbeit zwischen den Ressorts in der Landesregierung sehr, sehr wichtig, dass wir zwischen den Ressorts ganz stark daran arbeiten, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Gerade bei den Bussen haben wir ein Potenzial, in den nächsten Jahren emissionsfreie Fahrzeuge verkehren zu lassen. Wir sind schon dabei. 15 Busse werden in nächster Zeit verkehren, genauso wie auch Elektrobusse. Das Ganze ist natürlich auch eine Chance, gerade auf dem Brenner Korridor, da wir sehr viel Verkehr auf der Autobahn haben, mehr hatten, jetzt in dieser Phase etwas weniger. Wir sehen auch in dieser Phase, wie die Werte auch besser wurden. Und wir möchten, dass diese Emissionswerte auch für die Zukunft sicherlich noch weiter verbessert werden und mit dieser neuen Mobilität und Energiepolitik die Voraussetzungen dafür schaffen. Es sind geplant und dann werden wir gleich die näheren Informationen hören von unserem Experten Peter Mölk. Wir werden auch in Südtirol einige Konvertierungsanlagen installieren müssen. Wie schon gesagt, es wird ein langer Weg. Wir starten erst mal auf dem Korridor, um dann auch landesweit im gesamten Land eben diese Möglichkeit vorauszusehen, damit das Land Südtirol eines der maßgebenden Regionen in Europa wird oder vor allem im Alpenbogen, die eine saubere Energie für die Mobilität anbieten können. Danke, Landesrat Alfreder. Wir haben jetzt gehört, was die Politik generell sich erwartet, die Landespolitik. Wir haben es auch in Bezug auf Mobilität gehört. Wir sind gespannt, was uns Peter Mölk, der H2-Beauftragte des Landes, zu den technischen Details zu sagen hat. Energiekonvertierungsanlagen bedeuten, dass wir elektrischen Strom dafür einsetzen, um Wasserstoff zu erzeugen. In diesem Prozess der Elektrolyse fallen natürlich auch Verluste an, aber auch Wärme. Und wir haben uns in unserem Konzept zur Aufgabe gestellt, dass wir diesen Energiewert, der durch die Wärme anfällt, auch nutzen werden. Und dementsprechend, wie Landesrat Alfreder angekündigt hat, diese Energiekonvertierungsanlagen auch an Fernwärmenetze anschließen werden, um so effektiv Gesamtwirkungsgrade von ca. 80 % darzustellen. Die potenzielle Reduktion in Tonnen durch die Elektrifizierung der Mobilität sieht vor, dass wir durch den Einsatz des Wasserstoffes von 2.147.000 Tonnen CO2-Ausstoß, den wir heute in 2019 in Südtirol generieren, eine Reduktion auf 1.118.000 Tonnen erreichen werden. Das ist ein Minus von 45 % und im liebsten Sinne wird sich auch durch das Vermeiden der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, der CO2 und der Stickoxidgehalt weiter reduzieren. Jetzt in der Zusammenfassung stellt der Masterplan Südtirol einen wesentlichen Teil des Mobilitätsplanes dar und unterstützt die wesentliche strategische Ausrichtung, nach welcher wir versuchen, den Verkehr zu vermeiden, wenn nötig zu verlagern und Mobilität zu verbessern. Der Masterplan zielt vor allem auf die Verbesserung der Mobilität ab, dies emissionsfrei und nachhaltig zu gestalten. Wir haben die Grobplanung für die innovative Lösung abgeschlossen, mit welcher wir Synergien aus der Energiewirtschaft und der Mobilität nutzen. Wir denken dabei an den Ausbau der Infrastruktur der Elektromobilität und in diesem Sinne auch an dezentrale Installation der Wasserstoffproduktionsanlagen, die einerseits als Versorgungspunkte für LKW, Busse und PKW dienen werden, aber andererseits auch als Speicher für die Energie dienen. Wir wollen den Verbrauch vom Wasserstoff so weit wie möglich von der Erzeugung vom Strom entkoppeln, sodass wir immer dann Wasserstoff produzieren können, wenn nachhaltig erzeugter Strom zur Verfügung steht. Wie der Landeshauptmann und die Landesräte ausgeführt haben, ist unser Masterplan sehr innovativ und wir haben sehr gute Möglichkeiten, mit lokalen Partnern und Unternehmen an diesem Themenkreis zu arbeiten. Das Verhältnis vom Aufwand zum Nutzen ist sehr gut und wenn man sich die Datenpunkte, den Vorteilen im Klimaschutz ansieht, hat Südtirol mit der Gründung des IITs einen sehr großen Punkt international erarbeitet. Das IIT ist heute schon zu einer Marke geworden. Wir haben dort sehr erfolgreich Pilotanwendungen realisiert, sodass die Technologie eigentlich sehr sicher einzustufen ist und auf diese auch weiterhin aufbauen können. Wir haben zusätzliche Forschungsprojekte noch im Bereich Wasserstoffspeicherung auf den Weg gebracht und das bietet uns nun die Chance in diesem Bereich auch auf eine universitäre Forschung, denn mit diesem Know-how können wir weit über unsere Landesgrenzen hinaus mehr Wertschöpfung erzeugen. Das schafft moderne, gute Arbeitsplätze und einen sehr großen Wertzuwachs und Wertschöpfung für Südtirol. Herzlichen Dank. Wir sind damit am Ende der deutschen sprachigen Pressekonferenz. Sie können gerne im Chat, den die Medien per Link erhalten haben, Fragen stellen. Adesso continuiamo con la seconda parte in lingua italiana. Der Das ist Es gibt almeno zwei wichtigste Vorteile. Es gibt keine Emissionen von CO2 und in Alto Adige können wir automatisch generieren mit unserer Elektrizität, der wir von Energie der Elektrizität. Das ermöglicht, dass die Produktion von dieser Energie in unsere Hand ist. Das sind nur zwei von vielen Motivitäten, die für die H2-Alto-Adige ist, der H2-Alto-Adige ist. Der Erdogan hat ein Masterplan su politische energetiche und mobilität, die wir heute zu beherstellen können. Ich danke, am uns zu den Anni Özden, den Herrn Kompat, le Professori einen da Unfalle, Daniel Alfreira und Julián Wetterato, und der Angebete, Petter Melk. Herr Kompat, bitte. Vielen Dank. ...con un approccio a 360 gradi, coinvolgendo tutti i settori, tutti i dipartimenti anche dell'amministrazione pubblica, ma non solo, anche i partner nel mondo civile, nel mondo delle associazioni e soprattutto della ricerca anche. Abbiamo lavorato su un documento proprio riguardo alla sostenibilità già prima della crisi del coronavirus e del Covid-19. Adesso con questa crisi forse maggiormente è entrata nella coscienza di tutti noi cittadini della società collettiva il fatto che bisogna sicuramente poi dopo la crisi cercare di uscirne ovviamente in modo rafforzato come società, ma anche nella consapevolezza che bisogna cambiare rotta, che bisogna trovare un modo di svolgere le attività economiche in modo sostenibile, cioè soprattutto cercando di utilizzare le risorse nel modo migliore possibile per preservare il nostro ambiente, il paesaggio, la natura, la qualità di vita anche per le future generazioni. E in questo contesto si inesta in modo perfetto il tema dell'idrogeno. Noi qui abbiamo una possibilità di collegare innovazione tecnologica anche all'utilizzo delle risorse locali che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo la forza motrice dell'acqua con i nostri impianti idroelettrici, possiamo produrre H2 idrogeno per poterlo utilizzare poi come portatore di energia, ma anche poi per la mobilità e per tanti altri usi. Abbiamo la fortuna di poter sviluppare queste tecnologie già su una base solida che si è creata negli anni precedenti. Dobbiamo ringraziare le giunte precedenti di Louis Dornwalder, Michel Leimer in particolare come assessore all'ambiente, tutti coloro che hanno creato le basi, costituendo anche la società IT che si occupa di queste attività. Allora siamo ormai da anni riconosciuti in Europa anche come un territorio all'avanguardia di questa tecnologia e di questi sviluppi. E perciò noi abbiamo adesso, come è stato detto nell'introduzione, in giunta approvato una strategia di massima per quanto riguarda l'utilizzo di questa tecnologia, proprio perché vogliamo creare le basi per un futuro, ripeto, sostenibile, tutelare la salute dei cittadini, l'ambiente. Ovviamente con questo anche sostenere la ricerca, anche rafforzare l'Alto Alice come luogo di ricerca e di sviluppo tecnologico, con ciò anche ovviamente creando posti di lavoro interessanti e avere una mobilità senza emissioni. Questi sono gli obiettivi e lo faremo ovviamente con la nostra strategia Alto Adige, sfruttando anche la nostra posizione geografica ideale come corridoio tra nord e sud, anche con l'autostrada, ma lo facciamo anche con i partner all'interno dell'eureggio. Abbiamo la nostra strategia, però la stiamo portando avanti in un'ottica che va oltre i confini dell'Alto Alice, assieme al Bundesland, Tirol in Austria, assieme al Trentino. Ci presenteremo in Europa per i vari call, per i finanziamenti europei, assieme come eureggio. Noi sappiamo che la nuova commissione guidata dalla Ursula von der Leyen ha annunciato una svolta green in Europa, mettendo a disposizione, cioè volendo mettere a disposizione un bilione di euro e sappiamo che tante risorse saranno messe a disposizione, questo è scritto in modo chiaro nei documenti europei, proprio per la tecnologia che si basa sull'idrogeno. E noi qui vorremmo presentarci e essere anche un benchmark in Europa, all'avanguardia dello sviluppo, così dando alle future generazioni anche la possibilità di avere un ambiente sano, ma soprattutto anche benessere, posti di lavoro e un alto tenore di vita e qualità di vita. Grazie Presidente. Diamo la parola all'assessore alla mobilità, Daniel Alfredo. Sì, grazie tante. La collaborazione, come è stata presentata già adesso dal Presidente, è soprattutto una collaborazione tra gli assessorati, quindi ringrazio anche il collega Vettorato e tutto il suo team, come anche il team che sotto il coordinamento dell'esperto Peter Mölk in questi mesi ha elaborato questo programma che oggi possiamo presentare. Perché per noi era una la domanda fondamentale, come riusciamo a migliorare i sistemi di mobilità, sistemi energetici e quindi questa collaborazione è stata fondamentale. Per noi, dalle statistiche che abbiamo e dai numeri che abbiamo valutato in questi mesi, è stato soprattutto quello che la mobilità oggi è uno dei settori che più emettono CO2 e quindi abbiamo detto che dobbiamo intervenire soprattutto sulla mobilità e la mobilità oggi può dare una base di approvvigionamento sicuro proprio per la produzione che riusciamo eventualmente a garantire in Alto Adige. Ecco, questo è il motivo per questa collaborazione di questi mesi e che vogliamo portare avanti. Abbiamo due temi principali dove la mobilità può essere uno dei settori più importanti per l'utilizzo dell'idrogeno che è innanzitutto il corridoio del Brennero. Come sappiamo già da anni stiamo collaborando con le ferrovie dello Stato, con il Ministero, con i territori e con le regioni confinanti per realizzare uno dei collegamenti più importanti d'Europa, il collegamento ferroviario del Brennero che è chiaramente una mobilità elettrica quindi più ecosostenibile e dall'altra parte abbiamo la situazione dell'autostrada dove ancora oggi un gran numero di veicoli che attraversa ogni giorno i nostri territori non è ancora a emissione zero. Quindi la nostra voglia di intervenire anche sull'autostrada è molto forte e vogliamo intervenire soprattutto per creare una mobilità più ecosostenibile, più green, senza emissioni, anche sull'autostrada. Ed è questo il motivo principale per il quale abbiamo sensibilizzato anche la Commissione europea. È stato creato nel frattempo un gruppo di lavoro per gli alternative fuels, quindi per i sistemi alternativi, proprio per creare anche sull'autostrada le predisposizioni, le condizioni, affinché i veicoli green, i veicoli a emissione zero, possano poter circolare. Dall'altra parte invece abbiamo tutto il settore della mobilità pubblica dell'Alto Adige, quindi gli autobus che ogni giorno circolano sul nostro territorio, che sono e possono essere uno degli utilizzatori fondamentali e sicuri di questa nuova tecnologia. Oggi, come è stato detto benissimo dal Presidente, Gran parte dell'energia viene portata da altre parti del mondo, anche qui in Alto Adige, per essere consumata. Ecco, la chance che vediamo in questa nuova tecnologia è che che la produzione e il consumo energetico possa funzionare a livello regionale, messo a disposizione anche sui corridoi internazionali, proprio per diminuire quello che è il trasporto mondiale dell'energia, quella che troviamo standard oggi. Naturalmente sulla produzione dell'energia interverrà successivamente il collega Vettorato. Per noi è fondamentale che questo lavoro e questa collaborazione possa andare avanti. Abbiamo avuto una visita anche con la Ministra De Micheli qualche tempo fa, siamo in contatto col Ministero. Pensiamo che questo corridoio, il cosiddetto Brenner Green Corridor, che diventerà, speriamo presto, anche un Brenner Digital Corridor, diventerà una chance anche a livello nazionale, perché questo corridoio è uno dei corridoi più importanti da ormai millenni. Quindi creare un corridoio green potrebbe essere una grande chance anche a livello nazionale e europeo. Noi a livello locale ci siamo, mettiamo a disposizione, come ha detto il Presidente, la nostra tecnologia, i nostri sistemi, le nostre politiche. Vogliamo dare il massimo proprio per creare una mobilità futura che sia più ecosostenibile per le nostre persone e anche per chi attraversa la nostra provincia. Do la parola all'assessore Vettorato, scusate, ringraziando nuovamente a tutto il gruppo di lavoro e soprattutto ai colleghi di giunta per questo lavoro di questi mesi. Grazie, buongiorno a tutti. Parole d'ordini sono due, sostenibilità e decarbonizzare. Sostenibilità perché sappiamo che tutte le scelte di questa giunta e anche delle giunte passate sono proprio in ottica della sostenibilità. L'Alto Adige è un territorio molto particolare e diciamo anche fortunato perché ha delle risorse energetiche che sfruttate portano chiaramente alla produzione di energia e energia verde. E' chiaro che la fortuna poi aiuta gli audaci e qui il ringraziamento prima del Presidente rispetto alle giunte passate ma il ringraziamento che faccio tuttora a questa giunta è proprio quello di ragionare in quest'ottica. Decarbonizzare invece è l'altra parola chiave cioè ridurre le emissioni a zero o comunque ridurle il più possibile. Emissioni di anidride carbonica. L'anidride carbonica, il famoso CO2, quello che sta creando i cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti. Sappiamo, come ha detto il collega Daniel Alfreider, che la principale fonte di produzione di anidride carbonica è il traffico, sia leggero che pesante. E su questo posso anche confermarlo sul fatto che sappiamo che l'Alto Adige ha vissuto questo periodo di lockdown e nel lockdown, quindi nel periodo che va da metà marzo a metà aprile, i dati ambientali dell'aria sono veramente positivi. Guardate, io vi dico, queste sono le... Sappiamo che ad esempio il biossido d'azoto, questa qua è la centralina di via Claudio Augusta, è una zona molto molto trafficata, i dati di biossido d'azoto sia nella zona di Merano che di Bolzano si sono ridotti del 50% rispetto allo stesso periodo, quindi marzo-aprile nei dieci anni. Il monossido d'azoto si è ridotto a un terzo. E quindi è chiaro che la fonte principale di inquinamento è sicuramente il traffico. Investire quindi in risorse energetiche e in una mobilità alternativa non può far altro che preservare il territorio, l'ambiente e quindi dare un futuro anche alle prossime generazioni. Che dire, l'idrogeno è sicuramente una fonte, è un vettore, è un vettore di energia. Noi abbiamo la possibilità di trasformare l'idrogeno, quindi prendere l'energia elettrica, trasformarla in idrogeno per poi darla alla fonte principale di inquinamento che abbiamo detto che è la mobilità. E' stimata una domanda di consumo di 41,5 tonnellate di idrogeno e quindi per la produzione elettrica andremo a utilizzare circa 1080 gigawattora. La cosa positiva è che nel produrre l'idrogeno si può produrre comunque anche... si crea un effetto termico che poi verrà studiato e verrà anche utilizzato per il fabbisogno di circa 30.000 persone. Se si va su questa strada qua avremo una riduzione intorno al 2030 stimata del 45% della CO2. L'idrogeno, aggiungo anche, è anche una grandissima opportunità. Ci dà l'opportunità di immagazzinare energia quando c'è la sovrapproduzione. Immagino ad esempio gli impianti fotovoltaici che stanno producendo e in caso di punta massima si può stoccare questa energia nell'idrogeno per poi utilizzarla in uno step successivo. Io prima di lasciare la parola ringrazio tutta la Giunta perché stiamo lavorando appunto a 360 gradi. ringrazio l'assessorato alla mobilità, quindi Daniel Alfreider, per averci dato anche questa possibilità e questa opportunità di studiare una materia che l'Alto Adige già conosce da un po' e soprattutto di poterla sviluppare proprio in ottica futura. Grazie. Volevo confermare che il piano master sull'idrogeno fa parte del piano di mobilità dell'Alto Adige ed aiuta moltissimo sulla direzione strategica secondo la quale nella mobilità cerchiamo di ridurre o di evitare traffico, di ridurre il traffico e di migliorare il traffico. E questo piano sull'idrogeno punta precisamente sulla capacità di migliorare la mobilità e di farla sostenibile o di crearla sostenibile e senza emissioni. Per la nostra pianificazione abbiamo cercato di trovare una soluzione innovativa come ha spiegato anche l'assessore Vettorato dove usiamo le sinergie dall'energia con la mobilità. Noi pensiamo che tutta la struttura e la creazione della struttura per l'elettromobilità creeremo delle centrali decentralizzate per la produzione dell'idrogeno che da un lato sono i punti di riferimento per il nostro trasporto pesante, per i pullman, per le autovetture che vanno rifornite, però secondo anche lavorano per un stoccaggio di energia e questo stoccaggio di energia ci permette che riusciamo a produrre idrogeno in tempi quando abbiamo energia elettrica sostenibile a disposizione. Questo tutto è stato innovativo perché riusciamo a lavorarci anche a coinvolgere e condividere tanto con aziende locali, con partner locali che lavorano su questo tema. Anche tutta la direzione pubblica c'è stata d'aiuto a formulare questo piano e se vediamo un po' la spesa in confronto al beneficio allora tutti i punti delle date di riferimento, soprattutto quelli del clima ci danno retta che questa è una strategia da perseguire molto molto adeguata per l'Alto Adige. Come il Presidente Compa ci ha già spiegato, l'ID è già da tanti anni in servizio, abbiamo realizzato tanti progetti pilota e con questo siamo riusciti a dimostrare che la tecnologia è pronta per creare una capacità di realizzare un piano di questo tipo. Abbiamo aperto anche nuovi progetti per la ricerca sull'idrogeno e siamo molto fieri che questo ci porta avanti. Assieme alle aziende dell'Alto Adige, assieme a tutti i team che ci lavorano riusciamo a creare un know-how in questo campo che ci offre anche poi la possibilità di dare un contributo per la ricerca e con questo know-how che creiamo riusciamo a creare anche posti di lavoro e una buona prospettiva per l'Alto Adige, un valore aggiunto. Grazie, danke sehr. Wir kommen zu den Fragen und ich würde mal zusammenfassend sagen, man kommt aus der Phase der Pilotprojekte in eine größere Phase der Verbreitung dieses Antriebs und dieser Energie. Fragen gibt es und ich würde sie doch in beiden Sprachen stellen, weil sie auch auf beiden Fragen ähnlich gekommen sind in beiden Sprachen. Eine Frage ist, Autos mit Batteriebetrieb haben laut oft gehörten Meinungen den besseren Wirkungsgrad und sind somit kostengünstiger, um E-Autos anzutreiben als der Betrieb mit Wasserstoff. Stimmt das? Warum setzt das Land dann auf Wasserstoff? Anche forse in Italien, le auto a batteria, secondo una certa opinione, funzionano molto più effettivi e a costi migliori nei confronti di quelli ad idrogeno. Ist das wahr? Ist das wahr? Ist das wahr? Perché la politica pinta zu questo? Wenn man den gesamten Wertstrom anschaut, also das sogenannte Well-to-Wheel, dann ist zwischen den wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und batteriebetriebenen Fahrzeugen relativ wenig Unterschied, sofern man für die Produktion und für den Betrieb der Fahrzeuge nachhaltig erzeugte Energie einsetzt. In dem Moment, und das ist auch der Punkt, dass man diese Frage nicht mit einfach, mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Unsere Strategie ist, dass beide Technologien ihren richtigen Stellenwert haben. Vor allen Dingen für kleinere und mittelgroße Fahrzeuge oder BKWs wird sicherlich sehr viele batteriebetriebene Fahrzeuge in Betrieb gehen. Das haben wir in unserem Plan auch verarbeitet. Aber wenn es dann um große Lasten geht, große Reichweiten, viel Leistung, wie bei LKWs oder bei Bussen gebraucht wird, dann ist wahrscheinlich mit sehr großer Sicherheit, und das zeigen auch alle internationalen Studien, der Wasserstoff eigentlich das richtige Thema. Der Schwachpunkt vom Wasserstoff ist sicherlich heute noch der Wirkungsgrad der Elektrolyse und der Wirkungsgrad von der Brennstoffzelle. Das sieht man auf batteriebetriebene Fahrzeuge. Da ist die Problematik sicherlich, dass die Technologie und die Kosten und auch die Ressourcen, die für die Batterieherstellung gebraucht werden, auch noch nicht hundertprozentig geklärt wird. Und man hofft, dass nächste Entwicklungen dann wiederum eine verbesserte Situation bringen. Wichtig ist, emissionsfreie, nachhaltige Mobilität zu garantieren. Dafür sind Wasserstoff- und batteriebetriebene Fahrzeuge sicher im Vorteil gegenüber Diesel oder Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden. Forse anche una breve risposta in italiano su questo domenio. La differenza tra veicoli ad azionamento con batterie o con azionamento ad idrogeno bisogna vedere il cosiddetto well to wheel, l'efficienza well to wheel. Considerando che per la produzione, o assumendo che per la produzione si utilizzi energia di fonti sostenibili, allora la differenza tra l'idrogeno e un veicolo a batteria non è tanto grande. Bisogna però vedere che tutte e due le soluzioni sono importanti, soprattutto per veicoli leggeri o di media grandezza. La macchina batteria è sicuramente una cosa molto all'avanguardia. Per pesi e distanze lunghe si implica più l'idrogeno come soluzione tecnologica. Pertanto tutti e due fanno parte del nostro studio e cerchiamo di portare avanti una mobilità sostenibile senza emissioni e la cosa più importante è di evitare di utilizzare fossili per la mobilità. Grazie per questa risposta. Anche domande che ci arrivano sia in tedesco che in italiano su più o meno della stessa tematica e forse è rivolta a tutti e tre i membri della Giunta, perciò prego di decidere lei chi risponde. In tempi di Corona non è meglio investire nell'economia anziché in un progetto dell'ite di ecologia. Und die Frage ähnlich auch auf Deutsch, wegen des Corona-Ausnahmezustands, ist die Wirtschaft in Gefahr? Wäre es nicht besser das Geld dort zu investieren als in ein Elite-Umweltprojekt? Ja, ich darf hier als Gesamtverantwortlicher, aber auch ehemaliger Wirtschaftslandesrat antworten. Das ist eine Investition in Umwelt und Ökonomie. Diesen Widerspruch gibt es schon lange nicht mehr. Wer immer noch den Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie darstellt und zu leben versucht, der schadet einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Entwicklung. Es geht genau darum, eben Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Wir wollen durch diese Zukunftstechnologie in Südtirol nachhaltig hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen und erhalten und gleichzeitig Lebensqualität. Darum geht es. Und hier haben wir sehr gute Voraussetzungen. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendetwas herholen, was mit Südtirol nichts zu tun hat. Denn in Südtirol hat Wasserkraft enorm viel, mehr als die allermeisten Regionen auf der Welt. Wir haben aber auch Wasserstofftechnologie. Und auch hier haben wir wirklich, dank der Vorarbeit von Pionieren wie Walter Huber zum Beispiel, und der ja in ganz Europa bekannt ist für seine Arbeit, haben wir in Südtirol hier beste Voraussetzungen, mit dieser Technologie beides zu schaffen. Das Ganze zahlt dann auch ein auf die Marke Südtirol, Klimaland Südtirol. Ferienregion Südtirol, sauberes Land mit nachhaltiger Energie, mit öffentlichen, und da gebe ich dann gleich das Wort weiter an Daniel Alfreider, mit öffentlichen Personennahverkehr, der sauber betrieben wird. Das Ganze ist also eine Investition in Ökonomie und Ökologie und somit 100 Prozent richtig. Ja, was die Mobilität anbelangt, da kann ich eben nur, oder generell kann ich nur wiederholen, was Landeshauptmann gerade gesagt hat. Also eine Investition in die Zukunft ist gerade eine Investition in die Wirtschaft, in die neuen Kreisräume, in die Chancen, die wir für die nächsten Generationen auch stecken. Und was natürlich die Mobilität anbelangt, es ist klar, wir haben eine Situation, die wir noch vor kurzem vor Augen hatten, mit fast 50.000 Fahrzeugen auf unseren Autobahnen, mit 800 Bussen, die jeden Tag durch unser Land fahren. Und das ist schon eine Investition in die Zukunft und nicht nur eine Elite-Investition. Und zwar, dass diese Fahrzeuge, speziell die schweren Fahrzeuge, wie Peter Möck das vorhin gut erklärt hat, das heißt Busse und auf der anderen Seite LKWs, dass die so umweltfreundlich wie möglich durch unser Land oder in unserem Land verkehren können. Das ist eine Investition für jedermann. Okay, danke sehr. Dann habe ich eine letzte Frage und die geht wahrscheinlich in Richtung Technik. Es gibt immer wieder Stimmen, dass bei Wasserstoff Explosionsgefahr herrscht. Stimmt das? Wasserstoff hat einen dreifachen Energiewert gegenüber dem Verglichen mit fossilen Brennstoffen. Und das ist ein sehr bedeutendes Faktum, warum die Energiedichte oder warum Wasserstoff so interessant ist für die Mobilität. Es gibt, Wasserstoff kann auch entweichen, brennt, verbrennt, vor- und gerucklos. Aber es wird viel zu viel von Spielfilmen auf den Wasserstoff zurückgefahren. Es gibt diese Explosionen in der Form nicht. Wasserstoff tritt aus. Wir haben Unfälle gehabt in Norwegen in diesem Jahr oder im letzten Jahr, wo es um fehlerhafte Ventile gegangen ist. Aber es sind keine Explosionsortigen Unfälle mit Wasserstoff momentan auf der Tagesliste. Die Technologie, die Sicherheitstechnik, die dafür entwickelt worden ist, ist mittlerweile sehr, sehr ausgereift. Wir haben gesehen, dass das Projekt selbst eine Explosionskraft haben im Sinne der Weiterentwicklung der Technologie, im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Umwelt in Südtirol. Aber die Technologie selbst ist nicht gefährlich. Wer also kann und möchte, sollte das in Zukunft ausprobieren. Und damit schließe ich die Pressekonferenz. Ringrazio tutti. Ich danke allen Landeshauptmannen an erster Stelle, den Landeshauptmannstellvertretern und den zuständigen Landesräten für Mobilität Daniel Alfreider, Ambiente Giuliano Vettorato und dem technischen Experten Peter Mülk. Danke sehr. Wir sehen uns beim Hinter crossing der Untertitelung des ZDF, 2020